Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Diese Woche hat der Dollar zum ersten Mal wieder ein bisschen korrigiert. Die Stockmärkte sind gestern ordentlich nach oben geschossen und Krypto hat auch neue Hochs erreicht. Setzt sich dieser Trend möglicherweise fort, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Außerdem natürlich welche News stehen nächste Woche an. Diese Woche war es ja eine relativ ruhige Woche, bis auf die Non-Farm & Payrolls gestern, die relativ positiv ausgefallen sind, was natürlich auch den Märkten wieder deutlichen Aufschwung gegeben hat. Den Rest werden wir uns auf jeden Fall zum heutigen Update-Video anschauen. Wir schauen uns wie immer die Forex-Märkte an, die Stocks-Märkte und natürlich auch die Krypto-Märkte. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich alles for free. So und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse und fangen an wie immer mit dem DXY. Wir sehen schon nach unserem Top hier oben, was wir gebildet haben, bei 107,35 gab es diese Woche die erste Korrektur auf knapp 106 US-Dollar. Also wir haben die erste Korrektur gesehen, ist einhergegangen mit einer Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Timeframe, hat korrigiert, hat aber kein tieferes Tief getroffen. Heißt für uns erst einmal, wir sind weiterhin in einer Aufwärtsbewegung beim DXY und der Trendkanal hält noch einigermaßen, je nachdem wie man ihn eben zeichnen möchte, in Form eines Ascending Broadening Wedges. Also der Trend ist intakt, wir dürfen uns auch keine großen Hoffnungen machen, dass die Märkte jetzt komplett nach oben ballern, auch nicht die Kryptomärkte, der US-Dollar ist in seinem Aufwärtstrend weiterhin drinnen und könnte diesen auch nächste Woche fortsetzen. Was interessant ist, wir haben von diesem Abwärtstrend, den wir hier gesehen haben, dafür müssen wir aber das FIP ein bisschen anpassen, genau das Golden Pocket gehittet, wir haben das Golden Pocket getroffen und wurden dann sofort abverkauft in dieser 4-Stunden-Candle, also eine sehr, sehr bearish 4-Stunden-Candle und der Kurs hat weiterhin korrigiert. Das wird jetzt nächste Woche nämlich interessant zu sehen sein, wie reagiert der Kurs einerseits hier unten bei den 105,8, dort unten haben wir noch eine schöne 4-Stunden-Demand-Zone, also es ist möglich, dass wir nochmal ein Stückchen abverkauft werden und von hier aus dann eben diesen Fake-Move von dieser Trendlinie nach unten hin sehen und dann nochmal ein neues Top nach oben hin erreichen. Also die Marke hier oben von 107,8 ist auf jeden Fall nochmal drin, da ist unser nächster signifikanter Widerstandsbereich und nochmal ein signifikantes Hoch, was der US-Dollar auf jeden Fall nochmal erreichen könnte. Was natürlich auch mit den News nächste Woche abhängig ist, schauen wir uns dann gleich nochmal an. Mittwoch und Donnerstag sollten wir hier auf jeden Fall den Blick behalten, das heißt Montag, Dienstag. Möglicherweise ist der Kurs nochmal ein bisschen korrigiert, bevor wir dann möglicherweise wieder ein neues Top beim DXY sehen. So, gehen wir rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar, wie sieht es dort aus? Hier haben wir leider erst einmal gar keine Erholung bekommen. Also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir uns hier auf Daily-Sicht, da gehen wir mal kurz in den Daily-Chart, in einer sehr, sehr signifikanten Support-Zone finden. Der Kurs wollte aber nicht reagieren, ist weiter abverkauft und wir haben jetzt hier ein tieferes Tief erst einmal gebildet. Das heißt, diese ganze Struktur hier, die wir hier über Wochen, Monate gebildet haben, also im Endeffekt seit Anfang des Jahres hier, wenn wir mal so schauen, Januar 2023, haben wir jetzt das tiefere Tief gefunden. Wir haben dieses Tief hier unterschritten auf Daily-Sicht mit mehrmals sogar und haben somit das erste Mal ein tieferes Tief. Nicht wirklich gut für den Euro. Gut, wenn ihr auscashen wollt. Im Endeffekt US-Dollar zu Euro ist es wiederum ganz gut, ein bisschen auszucashen, muss man ja auch ein bisschen dran denken. Trotzdem an sich ist dieser Move sehr, sehr ugly für die nächsten Wochen bzw. Monate, weil wir eben das tiefere Tief gebildet haben und somit die Aufwärtsstruktur jetzt erst einmal komplett hinfällig ist. Das würde dazu führen, dass der US-Dollar weiterhin nach oben ballert, was wir ja eben auch gerade gesprochen haben, dass es nochmal ein tieferes Tief geben könnte, was den Euro zumindest mal hier hochbringen könnte auf 1,07 Euro. Das ist so unsere nächste Widerstandszone, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, dass wir hier nochmal korrigieren und dann eben, wenn der Dollar wirklich nochmal sein nächstes Leg-Up nach oben hinmacht, dass wir hier einen weiteren Abverkauf sehen und dann sogar in Richtung Parität. Das heißt, ein US-Dollar ein Euro ist, ein Euro ein US-Dollar ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses Gap hier unten oder diese Ineffizienz, wo die ganze Aufwärtsbewegung im Endeffekt gestartet hier ist, über das ganze Jahr 2023 wirklich noch gefüllt wird und auf Daily-Sicht eben hier unten dieser Support-Bereich angelaufen wird. Also hier bin ich ganz ehrlich, ich bin kurzfristig bullisch nochmal, was aber nicht heißt, dass wir hier komplett nach oben hinschießen. Nein, ich glaube eher, dass wir uns im Endeffekt hier eben hoch in Richtung 1,07 Euro, 1,07 Euro, 3 bis 4 ungefähr nochmal fortbewegen und dann weiter abverkauft werden und der Dollar nochmal eine ordentliche Hausnummer nach oben hinzulegt. Würde dazu führen, wie gesagt, dass wir uns hier in Richtung Parität 1 zu 1 nach unten hin fügen werden und dann hier unten gegebenenfalls vielleicht Ende des Jahres oder vielleicht in den nächsten Wochen dann hier nochmal eine Swing-Position Long nach oben hin aufarbeiten können. Was auch so ein bisschen, wenn wir mal wieder so ein bisschen Krypto in den Hinterkopf nehmen, Jahresend-Rallye, schwächerer Dollar und sowas könnte alles dazu führen, dass der Euro bis dahin da unten ist und wir dann eine gegengesetzte Bewegung nach oben hin sehen. So, gehen wir dann rüber zu den Stocks, weil diese sind diese Woche echt gut gelaufen. Also da muss man echt mal sagen, hat die ganze letzte Woche, die absolut scheiße war, sehr, sehr gut wieder wettgemacht. Ihr seht hier, Position wurde auf jeden Fall abgeholt. Ich habe es auch diese Woche in den Videos gesagt, dass ich hier Long bin. Wir haben noch kein höheres Hoch geschafft hier auf Daily-Sicht. Ich mache jetzt mal hier nochmal ein bisschen Ordnung. Long-Position ist wie gesagt getriggert. Wir haben noch kein höheres Hoch, das heißt wir müssen für eine nachhaltige Trendwende auf Daily-Sicht auf jeden Fall diesen Order-Block hier oben nochmal bei der Marke von 33.720 Punkten abholen beziehungsweise drüber schließen. Erst dann haben wir eine signifikante Trendwende. Der Support hat erst einmal gehalten, das heißt hier unten unsere Daily-Support-Zone hat gut gehalten. Support, schöne Gegenreaktion, auch mit sehr, sehr viel Volumen nach oben hin. Schöne Reaktion auf jeden Fall gewesen, was wir hier gesehen haben. Gehen wir mal in den 4-Stunden-Time-Film, wie sieht es dort aus. Auch hier schöner doppelter Boden, Liquidität hier unten nochmal abgegriffen. Dann eben gestern diese 4-Stunden-Candle nach den Non-Farment-Payrolls. Erst nochmal der vorherige Abverkauf, um alle nochmal auszustoppen und dann eben dieser schöne Long-Move nach unten. Aber auch hier, wie gesagt, vorsichtig, die grüne Box hier oben ist die Daily-Box. Machen wir die Nummer weg und zeichnen uns mal hier mal eben die Supply-Zone an. Da sehen wir auch, okay, wir haben kein höheres Hochgebild. Das heißt, zu Wochenbeginn könnte es nochmal dazu führen, dass wir nochmal einen kleineren Abverkauf sehen in Richtung 33.150 bis sogar 32.964 und von hier aus dann mit einem höheren Tief und das ist ganz, ganz wichtig, mit einem höheren Tief hier wirklich versuchen, diesen Widerstand nach oben hin zu durchbrechen und ein höheres Hoch zu bilden. Also die Chance besteht nochmal für den Dow Jones, dass wir uns hier nochmal eine Long-Position ergattern. Ich gehe davon aus, dass sich die Trendrichtung trotz eines möglichen stärkeren Dollars dann wirklich nochmal nach oben hin verschärft und wir zumindest endlich mal eine nachhaltige Erholung sehen. Wo ist unser übergeordnetes Ziel? Auch das werden wir uns mal ganz kurz anschauen. Zielbereich habe ich jetzt erstmal auserkoren, das Golden Pocket 34.200 Punkte. Halte ich auf jeden Fall für realistisch, sollte das so passieren und sollte jemand hier unten nochmal in die Long-Position reingehen möchten oder wollen, dann würde ich sagen, ziehen wir uns hier nochmal ganz kurz das Fit-Level in den kleineren Timeframes, wäre so der Entry bei 33.188. Vielleicht nochmal einen zweiten Entry machen und der Stop-Loss muss aber hier unten bei 32.2 liegen. Das heißt, ich würde einfach nochmal eine Order hier unten bei 32.6 rumliegen, damit wir so das Risk nochmal um 50% halbieren. Wäre es ein bisschen kritischer, Mark, würde ich sagen, okay, Entry 33.188 oder das Golden Pocket, wobei ich nicht aufs Golden Pocket hier schielen würde und der Stop-Loss dann ungefähr bei 32.600 US-Punkten. Sorry, nicht US-Punkten, immer dieses Hin und Her. Auf jeden Fall, gehen wir rüber zum SPX. Machen wir da weiter. Auch hier Supportzone perfekt gehalten, also unser richtig wichtiges Key-Level, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, diese Widerstandslinie, also zur vorherige Widerstandslinie, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, hey, wir hatten hier ein schönes Breakout, ein schönes Impulsives, eine schöne Rallye, haben aber diesen ehemaligen Widerstandsbereich nicht als Support-Bereich wieder bestätigt. Genau das ist jetzt passiert. Ihr habt diese blaue Linie gesehen, das war unser Entry. Sehr, sehr geil abgeholt, auch hier nochmal. Und von hier aus dann gestern dieser impulsive Move auf Daily-Sicht. Natürlich auch hier gleiches Spiel wie beim Dow Jones. Wir haben noch kein höheres Hoch. Dafür müssen wir die Marke hier oben von 4.328 Punkten durchbrechen. Geben wir den 4-Stunden-Timeframe, wie sieht es dort aus? Im Endeffekt das gleiche Spiel. Auch hier scheitert es noch an einem höheren Hoch. Das heißt grundsätzlich, wir haben die erste kleine Möglichkeit für ein Reversal gesehen, aber wir sind immer noch in einem Abwärtstrend. Also technisch gesehen Abwärtstrend. Deswegen auch hier die Möglichkeit, vielleicht am Montag nochmal, kurzer Rücksetzer, Bereich 4.255 rum, um dann, sag ich mal, die Gegenbewegung mit Füllung des Gaps, was wir hier oben liegen haben, noch einmal zu starten. Und dann kommt es eben drauf an, Golden Pocket, ziehen wir uns jetzt auch mal ganz kurz, also FIP-Level, perfekt hier oben mit unserem Gap mal wieder übereinstimmt. Sollten wir dann hier oben bei der Marke von 4.400 Punkten rejected werden, das Gap gefüllt haben, Rejection, keine Kraft mehr und dann abstürzen, dann war das im Endeffekt wieder nur ein bearischer Retest und wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Abwärtsspirale noch deutlich länger anhält. Aber wie gesagt, jetzt erstmal kurzfristig bin ich hier auf jeden Fall Bullish, Golden Pocket und dann können wir hier oben sogar überlegen, sollte der Kurs hier oben rejected werden, ob wir hier in Short reingehen mit ungefähr 1,5% Risk, 50% der ursprünglichen Positionen dann einfach, das heißt, hier einen kleinen Hedge-Trade reinsetzen und dann im Endeffekt die Gegenbewegung nach unten hin mitnehmen. Aber das müssen wir dann gucken, wie es soweit ist nächste Woche. Also wie gesagt, kurzfristiger Einstieg nochmal hier unten, 4.255, 4.260 rum, um dann im Endeffekt hier den SPX zu longen. Gehen wir rüber zum NDX, wie sieht es dort aus? Auch hier long hat er sich aber nicht mehr die Gesamtposition, also da bin ich gestern sogar noch hinterhergesprungen, hat mich ein bisschen gestört, weil das Setup im Endeffekt schon vorbereitet war, dass wir hier nochmal runtergehen. Aber ist egal, weil auch hier könnten wir im Endeffekt nochmal die Chance kriegen, Anfang der Woche für alle zumindest mal einen Entry zu suchen, sollten wir hier nochmal diese Korrektur sehen. Ich ziehe hier mal das Gesamt-FIP-Level, würde aber den Entry hier aufs 0,5er legen, das heißt bei 14.762 Punkten würde sehr, sehr gut passen mit dem letzten Hoch, das heißt wir würden nochmal eine kleine Korrektur reinkriegen, genauso wie beim SPX, genauso wie beim Dow Jones, um dann die Aufwärtsbewegung nach oben hin nochmal zu starten. Das ist für die kleinen Timeframes. Gehen wir mal in die großen Timeframes, wie sieht es dort aus? Im Endeffekt, Gap wurde gefüllt, Ineffizienz ist noch nicht ganz gefüllt, also auch hier haben wir Aufwärtspotenzial und das gesamte FIP-Level, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, würde bedeuten hier bei 15.100 Punkten, das heißt genau in dieser Supply-Zone, die wir hier oben haben und dann noch das 07.86 bei 15.300 Punkten. Also das sind so die Zielmarken für die nächste Woche auf jeden Fall und dann müssen wir gucken, schafft NDX, also der Nasdaq ist wirklich ein höheres Hoch zu kreieren, dann könnte das Schlimmste sogar schon wieder vorüber sein. Sollten wir eben hier oben zwischen Golden Pocket und 07.86 rejected werden, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir nochmal eine deutlich, deutlich tiefere Abwärtsspirale kriegen und die dann sogar in Richtung 13.600 Punkte führen könnte. Also nächste Woche, um es mal ganz kurz festzuhalten, US-amerikanische Börsen, Erholungspotenzial ist auf jeden Fall da, ich sehe auch hier weiterhin die Erholung für zumindest die Anfang der Woche bis Mitte der Woche, dann gucken wir uns gleich noch die News an und dann kommt es eben darauf an, werden wir im Golden Pocket rejected, kriegen wir ein höheres Hoch rein, falls nicht, gehe ich ganz stark davon aus, dass die nächsten Wochen und Monate bis Richtung, ich sage jetzt mal November, Mitte November rum, dass wir dann nochmal eine deutliche Abwärtsspirale sehen. Und dann würde ich sagen auch, kommen wir schon zu den News und da steht nächste Woche, also Montag, Dienstag ist gar nichts, Mittwoch, wir haben die VPI-Daten in Deutschland, also da mal gucken, das zählt aber für den US-amerikanischen Markt ein Scheißdreck. Wir haben dann um 14.30 Uhr am Mittwoch die Erzeugerpreise, auf die beim letzten Mal jetzt auch nicht wirklich positiv ausgefallen sind, also da müssen wir mal ein bisschen darauf achten. Und natürlich auch mal wieder, immer wenn ich diese VPI-Daten sehe, denke ich mir, boah, sind schon wieder vier Wochen rum, aber ja, die VPI-Daten kommen dann am Donnerstag um 14.30 Uhr. Es wird davon ausgegangen, das habe ich schon mal geöffnet, aktuell hatten wir 3,7, das heißt die Prognose das letzte Mal wurde ja ein bisschen übertroffen, also im Negativen übertroffen und jetzt geht man wieder davon aus, okay, die Inflation wird wieder ein bisschen sinken. Warten wir mal ab, aber das könnte natürlich dann Auswirkungen haben. Ich sage mal so, Montag, Dienstag würde eigentlich sehr, sehr gut passen, dass wir uns im Endeffekt nochmal kurz einen Entry holen, dann ein bisschen hochballern und dann kommt es eben auf die Newslage an. Kriegen wir bullische News, kann ich mir vorstellen, dass das Schlimmste vorüber ist. Sollten die News negativ sein, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir eben diese Korrektur nochmal sehen, weil dann auch wieder natürlich VPI-Daten, FED, Zinsentscheid und sowas kommt ja dann auch wieder in ein paar Wochen, dass dann wieder negative Stimmung aufploppt und wir im Endeffekt den nächsten Abverkauf sehen werden. So, gehen wir rüber zum DAX. Hier muss ich sagen, ja, auch hier Long-Position getriggert, relativ gut, aber der Markt gefällt mir hier noch nicht wirklich. Also wenn wir uns das mal im 4-Stunden-Chart angucken, okay, wir hatten diese Bewegung hier nach unten bei den 14.945 Punkten. Aufwärtsbewegung, ja, ist ein bisschen intakt, also wir haben schon ordentlich zugelegt, die Zeit unserer Tiefen, wenn wir uns das mal prozentual angucken, 2% innerhalb kürzester Zeit ist nicht verkehrt. Schauen wir uns das Ganze mal auf dem Daily an. Hier sieht das Ganze immer noch ziemlich ugly aus. Wir haben grundsätzlich nicht mal mehr eine Bullish Divergence auf dem Daily-Chart gefunden. Der Chart an sich ist sehr, sehr ugly. Wir haben das einzige Positive, was wir eben geschafft haben, wir haben kein tieferes Tiefgebild. Das heißt grundsätzlich, die gesamte Aufwärtsstruktur ist hier noch in Gang. Auch vom Schlusskurs her, wenn wir uns das angucken, haben wir genau hier den Bounce reinbekommen. Also grundsätzlich alles positiv. Der DAX ist immer noch in einer übergeordneten Aufwärtsphase, die wir hier im Endeffekt seit, ja, jetzt eigentlich schon länger seit, im Endeffekt Oktober, Oktober 2022 hier am Laufen haben. DAX immer noch Bullish. Wird sich jetzt nur zeigen, wie sich jetzt im Endeffekt die nächste Woche dann weiter erübrigt. Sollten die VPI-Daten in Deutschland natürlich absolut beschissen ausfallen, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe, wobei man da auch nie so wirklich weiß, wie viel man manipuliert ist etc. pp. Ihr wisst Bescheid. Müssen wir hier nochmal gucken. Also ich würde jetzt hier momentan keinen Einstieg irgendwie favorisieren. Das Einzige, was positiv wäre, würde ich sagen, wir kriegen nochmal ein tieferes Tief mit einer besseren Bullish Divergence. Also so richtig geil war das hier nicht wirklich. Das heißt nochmal ein tieferes Tief, vielleicht so in Richtung 14.950 Punkte und dann wirklich erst die Erholung. Weil wir sind auch hier in einem deutlichen Abwärtstrend, müssen wir auch dazu sagen, also Abwärtstrend weiterhin intakt. Ansonsten tut sich hier reichlich wenig. DAX immer noch für mich ein bisschen uninteressant. Die Stockmärkte in den USA deutlich, deutlich interessanter. So, dann gehen wir schon rüber zum Goldmarkt und auch der hat endlich mal etwas, zumindest etwas, man kann hier ein bisschen mal sagen, dass es wieder etwas positiver ist hier. Ja, ein paar Erholungen gezeigt. Ihr wisst, wir sind seit letzter Woche long. 1860 war der erste Entry und dann hatten wir ja noch gesagt 1830 und 1810. Alle Orders wurden jetzt abgefischt. Das heißt, ich hoffe jetzt hier erst einmal, dass wir hier ein schönes Reversal reinkriegen und müssten jetzt ein Entry haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche, von 1840 rum, glaube ich. Irgendwie so auf jeden Fall um den Dreh. Das heißt, wir sind hier jetzt noch minimal im Minus. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir gehen hier mit mehreren Positionen rein. Richtig uglyer Chart, muss man wirklich sagen. Ich glaube, sieben, acht Tage in Folge waren wir einfach negativ. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir sind weiterhin positiv. Wir haben dieses Tief hier nur angedippt. Wir haben es aber nicht unterschritten und das ist dieser positive Effekt. Es ist natürlich jetzt im Laufe der nächsten Woche oder Anfang der nächsten Woche nochmal möglich, dass wir nochmal einen Tag kriegen, der richtig für Chaos sorgt, dass wir nochmal tiefer gehen, maximale bis ins Golden Pocket, 1780 US-Dollar und dann wirklich die Erholung starten. Wäre jetzt nicht das Wunschszenario, mein Wunschszenario wäre ganz ehrlich, wir versuchen hier möglicherweise mit eben dieser Bullish Divergence, die sich hier sehr, sehr schön ausgebildet hat über die letzten vier Stunden Candles, also sieht man sehr, sehr gut, dass wir hier versuchen nochmal ein höheres Tief zu bilden, das heißt auch hier zu Wochenbeginn, kleine Korrektur sehen, aber wirklich nur kleine Korrektur, 1812 und dann die Erholung zumindest mal bis zur Ineffizienz auf knapp 1860 US-Dollar starten und hier, jetzt aufpassen, wäre auch der erste Take Profit, das heißt ich möchte diese Ineffizienz gefüllt haben, sobald diese Ineffizienz gefüllt ist, werden wir den ersten Take Profit nehmen und von hier aus dann weiterschauen, ob wir uns vielleicht sogar trauen würden, dann nochmal einen Short Entry zu machen bis zum Golden Pocket oder ob Gold dann sagt, okay, nee, reicht jetzt genug korrigiert und die Reise weiterhin nach oben fortsetzt. Checken wir das Ganze nochmal mit dem Golden Pocket ab, seht ihr auch, würde perfekt passen, Golden Pocket liegt genau hier an der Ineffizienz, also besser kann man es dann im Endeffekt nicht machen, das ist das Ziel für die nächste Woche, hoffen wir, dass es so im Endeffekt auch eintritt, ansonsten gibt es hier derzeit wenig zu sagen, alle drei Entries abgeholt, wer noch nicht long ist, habt ihr immer noch einen besseren Entry wahrscheinlich als wir und ja, ansonsten gibt es da nichts zu sagen und dann sind wir schon wieder bei Bitcoin angelangt, gut, das Video dauert auch schon wieder 17 Minuten, ja, was ist bei Bitcoin diese Woche passiert? Also wir sind in einer schönen Aufwärtsbewegung, wir traden momentan bei 27.900 US-Dollar, wir haben die Bearish der Virgins gestern Abend bekommen, war mir aber auch wieder hier komplett zu beschissen, was hier abläuft. Also für einen Short Entry war mir diese ganze Bewegung zu bullish, ich habe ja im Video die ganze Woche immer mal wieder gesagt, diese grüne Box hier unten, die würde ich mir gerne nochmal holen für einen Long Entry, die hat er nicht geholt, das heißt, ich bin dann hinterher gerannt, leider hatte dann nur einen Entry hier oben bei 27.500, glaube ich, oder sowas, bin da aber jetzt auch wieder raus und warte jetzt erstmal, was der Kurs am Wochenende macht. Positiv wäre es, trotz dieser Bearish Divergence, dass wir versuchen, hier ein höheres Tief reinzubekommen, das heißt, der Kurs korrigiert hier auf 27.600, 27.500 rum und versucht dann hier die Liquidität nochmal aufzustauben und dann ein höheres Hoch zu generieren, weil diese Bewegung, die wir gestern hatten, muss man sagen, okay, wir haben das höhere Hoch, aber nur mit WIG. So, auf Schlusskurs haben wir, aber zumindest den letzten Schlusskurs überwunden, das heißt, die Bearish Divergence ist für mich nicht so greifbar, wie ich mir sie gerne wünschen würde. Zweitens, Volumen sehr, sehr stark, was hier reingekommen ist, immer bei diesen Aufwärtsbewegungen, das stört mich auch ein bisschen an diesem Short, deswegen kam kein Signal mehr. Für mich persönlich hoffe ich jetzt, dass wir hier nochmal runterkommen, 27.600, die Liquidität aufsaugen und dann wirklich versuchen, hier eine Trendwende hinzulegen. Ich sehe momentan den Chart, aufgrund, wenn wir uns das mal, diese gesamte Chartstruktur hier derzeit angucken, könnte sich was anbahnen. Was Positives, wo ich sagen würde, okay, wir könnten hier wirklich ein schönes Breakout sehen, der Abtrend ist auf jeden Fall intakt, ist jetzt egal, wie ich die Linie gezogen habe, es geht um die bildliche Darstellung. An sich sieht das Ganze nicht so wirklich schlecht aus, von Supportzone etc. pp. Wir brauchen nur eben diesen letzten Schwung. Schauen wir uns mal den Daily Chart an, wie sieht es dort aus, die Ineffizienz wurde jetzt haargenau gefüllt, also auch hier mit dieser Candle auf 28,6, die ist gefüllt worden, diese Woche. Und ja, da müssen wir jetzt eben gucken, wie geht es weiter. Die Ineffizienz ist geschlossen, wir ziehen uns das FIP-Level, auch hier nochmal ganz kurz von uns im Top, zu unserem Low, sehen wir auch, das Golden Pocket ist auch noch erreichbar bei knapp 29k und sollten wir diese 29k wirklich nächste Woche testen und überwinden, ist hier wirklich drin, dass wir nochmal die 31,18, bevor dann nochmal der Abverkauf geht. Ich gehe nicht davon aus und das ist jetzt eben, was ich jetzt auch schon wieder oft gehört habe oder auch in der Gruppe jetzt schon mal Diskussionsthema war, ich mache nochmal das FIP-Level weg für euch, dass wir hier dieses riesige Head & Shoulders Chart Pattern haben. Ich gehe nicht davon aus, dass sich dieses ausspielt, es ist einfach zu offensichtlich, von der Struktur her würde es grundsätzlich passen natürlich, aber ich bin da kein Fan von. Auch, wir hatten hier ja dieses Inverse Head & Shoulders, war genauso ugly, wo dann schön impulsiv nach oben hin ausgebrochen ist. Vom Preisziel her hatten wir das, glaube ich, damals erreicht, oder? Muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Vom Breakout Point, nee, hatten wir sogar noch nicht erreicht. Also, was zählt jetzt mehr? Das Inverse Head & Shoulders oder das normale Head & Shoulders? Könnt ihr euch jetzt aussuchen, ich gehe nicht davon aus, es zieht sich schon sehr, sehr lange, wenn wir uns das mal sehen, von März, 23, 6, 7 Monate, zieht sich dieses Head & Shoulders jetzt schon, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier diesen massiven Abverkauf dann nochmal hier unter die 20.000 US-Dollar sehen. Ich sehe vielleicht nochmal so die 22k, das ist drin für eben diesen Fake-Move möglicherweise, und dann aber nach oben. Schauen wir mal, was passiert, aber wie gesagt, kurzfristig gehe ich hier erstmal davon aus, dass wir uns auch ein bisschen bullischer weiter fortbewegen, auch weil die Stock-Märkte jetzt möglicherweise vor einer Trendwende stehen. Ansonsten gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, 20 Minuten, ich habe noch nie so einen langen Marktausblick gemacht, aber egal, viele Infos. Gerne mal unten eure Meinung reinschreiben, was ihr davon haltet, momentan von Bitcoin, sehen wir weitere höhere Kurse, seht ihr in der Stockserholung, was haltet ihr von Gold, gerne unten reinschreiben, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder zu einem ganz normalen Bitcoin-Update-Video, das war es von mir, ich wünsche euch einen schönen Start in den Samstag, ein schönes, erfolgreiches Wochenende, lasst es euch gut gehen, und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join, bis dahin, ciao, ciao, und wie immer, stay cool.